Ein Mann mit verzerrt klingender Stimme will mit Frau Smith sprechen. Als Beweis, dass es sich nicht um einen Scherz handelt, beschreibt er den schwarz-gelben Badeanzug, den Sherry unter ihrer Kleidung trägt. Er sagte, er würde sie freilassen. Er sagte, es gehe ihr gut. Sie würden fernsehen, sie esse ein wenig. Und dass er ihr viel Wasser gebe und es ihr sehr gut gehe. Der Entführer stellt keine Lösegeldforderung, kündigt den Smith für den nächsten Morgen aber einen Brief an. Ich dachte, das ist einer, der Erfahrung mit solchen Verbrechen hat. Wahrscheinlich ist er nicht das erste Mal in ein Sexualverbrechen verwickelt und hat das Ganze schon länger geplant. FBI-Agent Walker sieht in dem Brief die beste Chance, Sherry zu finden. Wir wecken am Wochenende den Postchef in Lexington, fuhren zum Postamt und sahen alle Briefe durch. In Plastikhandschuhen durchsuchten wir die Post, bis wir den Brief fanden, der an uns adressiert war. In dem Umschlag sind zwei von Sherry geschriebene Seiten. Auf der ersten steht, letzter Wille und Testament. Ich fühlte mich völlig hilflos, aber Hoffnung hatte ich noch. Gehofft habe ich bis zum Schluss, aber ich war absolut hilflos. Die Worte letzter Wille und Testament machten mich fertig. Ich wusste nicht, was ich tun oder sagen sollte. Und dann das Allerschlimmste, ich musste den Brief meiner Frau zeigen. Bitte lasst euch durch das hier nicht euer Leben zerstören, steht in Sherrys Brief. Lebt einfach weiter, Tag für Tag, für Jesus. Irgendetwas Gutes wird dabei herauskommen. Meine Gedanken werden immer bei und in euch sein. In Klammern stehen die Worte, Sarg geschlossen. Dass der Täter sein Opfer noch ein Testament schreiben ließ, ist besonders grausam, denn es ist eine ganz bewusste Art von psychischer Folter. Dem Täter kommt es aus psychologischer Sicht ausschließlich darauf an, dem Opfer höchstmögliche Qualen zuzufügen. Wenn das Opfer sein eigenes Testament aufsetzen muss, dann wird es in ein Horrorszenario geschleudert. Und der Täter erweckt in dem Opfer den Eindruck, als sei es derjenige, der jetzt unmittelbar mit verbundenen Augen vor einem Erschießungskommando steht und seine letzten Worte formulieren darf. Und die Qualen, die das Opfer in diesen Situationen erleidet, sind genau der Kick, der Thrill, den der Täter anstrebt, den er braucht, um seine seelische und vielleicht auch körperliche Befriedigung zu bekommen. Sheriff Metz schickt den Brief sofort an das rechtsmedizinische Labor von South Carolina. Dort wird er von dem Schriftstück-Experten Mickey Dawson untersucht. Ich schaute mir die Schrift an und versuchte herauszufinden, ob es auf dem Papier irgendwelche Spuren gab. Nach dem Eintreffen des Briefs ruft der Entführer die Smith noch einmal an. Haben Sie heute die Post bekommen? Ja, das habe ich. Glauben Sie mir jetzt? Ich weiß nicht, ob ich Ihnen glauben kann, weil ich noch nicht mit Sherry gesprochen habe. Und ich muss wissen, ob es Sherry gut geht. Das werden Sie in zwei oder drei Tagen erfahren. Warum in zwei oder drei Tagen? Blasen Sie die Suche ab. Wenn ein Täter seine Stimme durch den Einsatz eines Störgerätes verzerrt, geschieht dies in aller Regel deshalb, um die eigene Identität zu schützen bzw. zu verschleiern. Das ist klar. Wenn wir aber diesen Fall ganzheitlich betrachten, ergibt sich ein weiterer Aspekt, der unbedingt Beachtung verdient. Nämlich, es könnte doch sein, dass der Täter das entführte Mädchen gekannt hat und unter Umständen auch näheren Kontakt gefunden hat zu den Eltern. Insofern wäre der Einsatz dieses Störgerätes nicht nur geboten, sondern zwingend erforderlich. Und wenn sich diese Hypothese bewahrheitet, hätte man einen wertvollen Ermittlungsansatz, der durchaus in den Dunstkreis des Täters führen kann. Am selben Abend ruft er nochmals an und betont, dass Sherry am Leben ist und deutet ihre baldige Freilassung an. Ich will Ihnen noch eins sagen. Sherry ist jetzt ein Teil von mir. Körperlich, geistig, gefühlsmäßig, seelisch. Unsere Seelen sind jetzt eins. Der Anruf kommt aus einer öffentlichen Telefonzelle bei einer Drogerie im Zentrum von Lexington. Aber die Polizei braucht 15 Minuten, um das Gespräch zurückzuverfolgen und an den Ort des Anrufs zu gelangen. Der Entführer ist zu kurz am Telefon, um ihn schnappen zu können. Fünf Tage nach der Entführung ruft der Kidnapper erneut an und spricht sowohl mit Mutter Hilda als auch mit Sherrys 21-jähriger Schwester Dawn. Okay, um 4.58 Uhr morgens. Nein, tut mir leid. Einen Moment. Samstagmorgen um 3.10 Uhr. Am 1. Juni hat sie das geschrieben, was sie bekommen haben. 4.58 Uhr morgens. Samstag, den 1. Juni. Okay, Samstag, 1. Juni, 4.58 Uhr. Wurden wir eine Seele. Wurden wir eine Seele. Was soll das heißen? Keine Fragen jetzt. Sagen Sie Sheriff Metz, er soll nicht weitersuchen. Der Segen ist nah. Bitte bringen Sie meine Tochter nicht um. Bitte. Wir lieben und vermissen Sie alle. Schlafen Sie gut. Auf Wiedersehen. Ein Moment noch. Er ist weg, Mama. Am nächsten Tag ruft er noch einmal an. Hallo? Hören Sie gut zu. Fahren Sie den Highway 378 nach Westen bis zum Kreisverkehr. Nehmen Sie die Ausfahrt Prosperity. Zweieinhalb Kilometer weiter biegen Sie am Schild Moose Lodge 103 rechts ab. Fahren Sie knapp 500 Meter weiter. Am weißen Holzhaus biegen Sie links ab. Gehen Sie in den Garten. Zwei Meter weiter, dort warten wir. Gott hat uns ausgewählt. Ich flehte die Polizei an, lassen Sie mich mitgehen. Lassen Sie mich mit Ihnen gehen, um Sherry zu finden. Doch die Ermittler bleiben hart und gehen allein. Im Garten des Holzhauses finden sie Sherrys Leiche. Sie trägt das gelbe Top und die weißen Shorts, in denen sie zuletzt gesehen worden ist. Die 17-jährige Sherry Smith ist entführt und ermordet worden. Ihre Leiche ist im Garten eines abgelegenen Holzhauses gefunden worden. Der Täter hat der Familie telefonisch den Weg zu diesem Ort beschrieben. Die Autopsie ergibt, dass Sherry schon seit einigen Tagen tot ist. Wenn der Täter die Ermittler an den Ort führt, wo er die Leiche abgelegt hat, ist das ein sehr ungewöhnliches Verhalten, weil der Täter ein Beweismittel an die Polizei gibt, das sehr wertvoll ist. Aus psychologischer Sicht muss man sagen, dass der Täter hierdurch zwei Botschaften formuliert. Zum einen, ich will endlich ernst genommen werden. Möglicherweise hat er im Zuge der Ermittlungen und auch im Gespräch mit den Eltern den Eindruck gewonnen, die nehmen mich nicht ernst und es passiert genau das, was in seinem bisherigen Leben immer passiert ist, dass man ihn nicht ernst nimmt. Und zum Zweiten könnte dies der Auftakt zu einem perfiden Katz-und-Maus-Spiel mit der Polizei sein. Die Ermittler glauben, dass Sherry am 1. Juni morgens um 4.58 Uhr getötet wurde. Zwei Stunden, nachdem sie den Brief geschrieben hatte. Das ist die Zeit, die der Entführer in einem Telefonat versehentlich nannte, sich dann aber korrigierte. Stimmt diese Annahme, dann hat Sherry nach ihrer Entführung nur noch zwölf Stunden gelebt. Ich werde nie die von ihr geschriebenen Worte Sarg geschlossen vergessen. Können Sie sich vorstellen, was ihr durch den Kopf gegangen sein muss? Zu diesem Zeitpunkt war ihr klar, dass sie sterben würde und der Sarg geschlossen werden müsste. FBI-Agent Walker glaubt, dass der Killer Zeit schinden wollte, während die Leiche schon im Freien lag. Er wollte die Chancen der Ermittler verringern, wichtige forensische Spuren zu finden. Die Rechtsmediziner entdecken Überreste von Klebeband in Sherrys Gesicht, was auf einen Tod durch Ersticken hindeuten könnte. Ihre Haare waren bedeutend kürzer. Er hatte das Klebeband aus ihren Haaren geschnitten, um nichts davon zurückzulassen. Das sagte mir, er muss einige Erfahrungen haben oder zumindest kriminelles Geschick. Anhand der Vorgehensweise von Tätern, die ähnliche Verbrechen begangen haben, erstellt das FBI ein Täterprofil. Das Profil, das wir von ihm entwickelten, beschrieb einen weißen Mann, der eine gescheiterte Ehe hinter sich hatte und jetzt vermutlich ledig war. Mitte bis Ende 20 oder Anfang 30, mit Vorstrafen wegen Sexualdelikten. Von FBI-Experten für die Analyse von Tonsignalen erfahren die Ermittler, dass der Entführer seine Stimme mithilfe eines sogenannten variablen Umlaufreglers verzerrt hat. Wir nahmen an, dass er sich durch seine Arbeit oder eine technische Ausbildung mit Elektronik auskannte. Der Mörder hat wahrscheinlich alles genau geplant und aus seinen Aufzeichnungen abgelesen. Deutlich wurde das, als er sich wegen des Zeitpunkts von Sherrys Brief korrigierte. Okay, um 4.58 Uhr morgens. Nein, tut mir leid, einen Moment. Der letzte Schlag für die Familie ist der Anruf des Mörders am Abend von Sherrys Beerdigung. Es ist ein R-Gespräch. Er wollte uns sagen, wie er Sherry getötet hatte. Und er fragte, kommen Sie damit klar? Wer würde damit klarkommen? Aber wir hatten keine Wahl. Wir mussten die Verbindung irgendwie aufrechterhalten, um herauszufinden, wo er war. Dass der Täter den Eltern Details über die Ermordung des eigenen Kindes mitteilt, ist höchst ungewöhnlich. Für den Täter stellt es aber die Möglichkeit dar, seine perversen Bedürfnisse auf unmittelbare Art und Weise zu befriedigen. Dieser zwischenmenschliche Kontakt, dieses Ohr an Ohr, Stimme an Stimme, ist genau das, was der Täter anstrebt. Der Kick, der Thrill, sich eines Menschen auf eine Art und Weise zu bemächtigen, gegen die er letztendlich hilflos ist. Das ist der Kick. Darum geht es. Einige Wochen später ruft der Mörder wieder an. Dieses Mal will er aber nicht über Sherry sprechen. Haben Sie von Deborah May Helmick gehört? Äh, nein. Die 10-Jährige. H-E-L-M-I-C-K. Äh, aus Richland County? Ja, okay. Dann hören Sie gut zu. Wenn der Täter ernstzunehmende Hinweise auf eine weitere Entführung und drohende Ermordung eines Opfers gibt, dann kann dies natürlich auch ein Hinweis an die Polizei sein, beziehungsweise der Auftakt für ein perfides Spiel, das er gerne mit der Polizei treiben möchte. Er als derjenige, der die Spielregeln bestimmt, er ist der Regisseur und die Polizisten sind die Komparsen. Das ist genau das, was er anstrebt, dieses Hochgefühl, diese Machtposition, die er sich einverleiben möchte. Zwei Wochen nach Sherry Smith wird Deborah May Helmick entführt. Vor dem Wochenendhaus ihrer Eltern in Richland County, knapp 40 Kilometer vom Wohnort der Smith entfernt. Ein Nachbar sieht, wie sich ein Wagen nähert. Jemand steigt aus, schnappt sich Deborah und fährt schnell davon. Genau wie Sherry ist Deborah ein hübsches, blondes Mädchen mit blauen Augen. Aber sie ist noch ein Kind. Fahren Sie rechts in den letzten Feldweg, vor dem Stoppschild Two Knots Road. Passieren Sie die Absperrung und die Schilder Zutritt verboten. Gehen Sie 50 Meter weiter, dann etwa 10 Meter nach links. Deborah May wartet dort. Gott vergebe uns allen. Ich dachte, das ist der selbe Täter. Jetzt ist klar, ein Serienmörder geht um. Ausgehend von ihren kriminalistischen Recherchen glauben die Ermittler, dass der Mörder noch mehr zwanghaftes Verhalten an den Tag legt. Er wird Gewicht verlieren, stark trinken, sich nur unregelmäßig rasieren und das Bedürfnis haben, über den Mord zu sprechen. In der Gerichtsmedizin von South Carolina untersuchen die Wissenschaftler weiterhin Sherrys Testament. Es ist auf liniertem Papier eines Notizblocks geschrieben. Der Dokumentenexperte Mickey Dawson hofft, mit Hilfe eines elektrostatischen Spürgerätes eventuell verborgene Bilder, Worte oder Abdrücke von einer vorherigen Seite des Blocks sichtbar machen zu können. Als ich den Brief erhielt, nahm ich ihn mit ins Labor und öffnete ihn auf sterilem Papier. Ich trug Handschuhe und nahm die Seiten auseinander, schaute mir jede Seite an, machte die übliche Voruntersuchung und dann wurde jede Seite einzeln in eine befeuchtete Schachtel gelegt. Durch die erhöhte Feuchtigkeit des Papiers soll die Leitfähigkeit verbessert werden. Das Dokument wird dann auf eine Messingplatte gelegt und ein Magnetfeld wird aktiviert. Anschließend wird mit einem Pinsel eine Substanz aufgetragen, die dem Pulver für Fingerabdrücke sehr ähnlich ist. Durch eine Kombination von all dem werden unsichtbare Dinge sichtbar. Dawson findet tatsächlich etwas auf dem Papier. Darauf standen offene Rechnungen und eine Liste mit Namen und Telefonnummern, die jemand im Notfall anrufen sollte. Dawson kann einen Teil einer Nummer erkennen. Die ersten drei Zahlen, 205, sind die Vorwahl von Alabama. Die nächsten drei, 837, die Nummer für Huntsville. Aber von den letzten vier Ziffern der kompletten Telefonnummer sind nur drei zu erkennen. Sie probierten an der fehlenden letzten Stelle einfach alle neun Ziffern durch und fanden eine Nummer, die existierte. Ich rief diesen Mann in Alabama an und fragte, haben Sie Verwandte in South Carolina? Er sagte, ja, Mutter und Vater. Der Vater dieses Mannes ist der 50-jährige Elektriker Alice Shepard. Er lebt nur 24 Kilometer von Sherry Smith Wohnort entfernt. Telefonaufzeichnungen belegen, dass einige Anrufe aus dem Haus von Shepard gekommen sind. Die Polizei verhört ihn. Ich hatte keine Angst, aber es war natürlich ein Schock, dass sie mit mir sprechen wollten. Shepard hat keine Ahnung, warum die Telefonnummer seines Sohnes auf Sherrys letztem Willen gefunden wurde. Er sagt, er hätte zur Zeit von Sherrys Entführung mit seiner Frau Urlaub gemacht. Ein Alibi, das sich als stichhaltig erweist. Die Polizei spielt ihm eine Aufnahme mit der Stimme des Mörders vor. Ich sagte, verdammter Dreckskerl. Sie fragten, was? Und ich sagte, das ist Larry Jean Bell. Sie waren ganz aufgeregt, weil sie wussten, dass sie jetzt den richtigen hatten. Larry Jean Bell arbeitet für Shepard und verlegt mit ihm zusammen elektrische Leitungen. Während des sechswöchigen Urlaubs der Shepards hat Bell auf ihr Haus aufgepasst. Ich schrieb Bell eine Menge Telefonnummern auf, die er vielleicht brauchen könnte, während wir wegfahren. Shepard gibt die Seiten mit seinen Notizen den Ermittlern. Die Originale werden über Sherrys letzten Willen gelegt. Deren Abdrücke sind identisch mit denen, die sich auf Sherrys Brief befinden. Damit ist bewiesen, dass Sherry das Blatt direkt darunter benutzt hat. Die Shepards sagen aus, Bell habe sie vom Flughafen abgeholt und dabei von nichts anderem gesprochen, als von der Entführung und dem Mord an Sherry Smith. Bell habe an Gewicht verloren, sei unrasiert gewesen und habe einen sehr erregten Eindruck gemacht. Dies ist ein Polizeivideo, das im Haus der Shepards aufgenommen wurde. Die Ermittler finden im Badezimmer sechs blonde Haare, die Sherrys Haaren ähneln. Die Briefmarke mit einer Ente, die auf Sherrys Brief klebte, passt zu einem Briefmarkenbogen in Alice Shepards Schreibtischschublade. Am nächsten Morgen wird Larry Jean Bell verhaftet. Er schien schockiert, dass die Polizei ihn ausfindig gemacht hatte. Wie vom FBI vermutet, hat Bell tatsächlich schon mehrere Sexualdelikte begangen. Er war wegen Obstzöner Anrufe in Schwierigkeiten geraten und einmal hatte er versucht, eine Mitstudentin von der Universität South Carolina zu entführen. Bei der Befragung bestreitet Bell jede Beteiligung an den beiden Morden. Das Einzige, was er immer sagte, war, dieser Larry Jean Bell hat es nicht getan. Es war der böse Larry Jean Bell. Im Januar 1986 kommt Larry Jean Bell wegen Mordes an Sherry Smith vor Gericht. Die Geschworenen brauchen nur 47 Minuten, um zu einem Urteil zu kommen. Es lautet, schuldig der Entführung und des Mordes. Larry Jean Bell wird zum Tod auf dem elektrischen Stuhl verurteilt. Wegen der Entführung und Ermordung von Deborah Helmick wird er ein zweites Mal vor Gericht gestellt. Die Geschworenen dort kommen zum gleichen Urteil. Zehn Jahre nach seiner Verurteilung ist Larry Jean Bell der letzte Straftäter, der im US-Staat South Carolina auf dem elektrischen Stuhl hingerichtet wird. 140 Kilometer nördlich von New York City. Eine Gefängnisaufseherin wird an ihrem Arbeitsplatz vermisst. Im Gefängnis fehlt jede Spur von ihr. Keiner der Insassen oder Wärter weiß, wohin sie gegangen ist. Keiner hat etwas Verdächtiges bemerkt. Wie kann es sein, dass eine Wärterin in einem überfüllten Hochsicherheitsgefängnis einfach verschwindet? Staatsgefängnis Greenhaven. Eine der härtesten Strafvollzugsanstalten in den USA. Eine überfüllte Anstalt voller Gewalt. 1.800 der brutalsten Kriminellen aus dem Staat New York verbüßen hier ihre Haftstrafen. Ich glaube, Greenhaven war zu der Zeit im Staat das Superhochsicherheitsgefängnis. Und jeder da drin saß lange Strafen ab. Jeder da drin war ein übler Krimineller. Es gab keine Neulinge. Es war von den Insassen her gesehen ein richtig mieser Ort. Mehr als 500 der Gefangenen sind verurteilte Mörder. 1981 ist das erste Jahr, in dem weibliche Strafvollzugsbeamte in diesem reinen Männergefängnis arbeiten. Es gibt 50 von ihnen, ausnahmslos Anfänger in diesem Job. Eine von ihnen ist die 31-Jährige Donna Peyont. Wenn ich Donna und ihre Persönlichkeit beschreiben soll, würde ich sie als sehr willensstarke, unabhängige, entschlossene Person bezeichnen. Mit einem starken Sinn für Gerechtigkeit. Donna hat drei Kinder. Ihr Mann ist auch Strafvollzugsbeamter, arbeitet aber in einem anderen Gefängnis. Die Familie akzeptiert ihre Berufswahl, einige ihrer männlichen Kollegen jedoch nicht. Während ihrer Zeit an der Akademie kommt einer der Ausbilder nachts ungebeten in Donners Zimmer. Donner reagiert mit einer Anzeige wegen sexueller Belästigung, überlegt es sich später jedoch anders und zieht die Anzeige zurück. Am 15. Mai 1981 erscheint sie kurz nach zwölf zum Dienst. Etwa eine Stunde später ist Donna mit zwei anderen Beamten zusammen. Da klingelt das Telefon. Es ist ein Anruf für Donna. Donna Peyont erhielt am frühen Nachmittag jenes Freitags einen Anruf. Es war ein seltsamer Anruf. Und nach Einschätzung der Kollegen, die mit ihr arbeiteten, war ihre Reaktion nach dem Anruf irgendwie beunruhigend. Die anderen Beamten wissen nicht, von wem der Anruf stammt. Später sagen sie aus, Donna habe sich von ihnen abgewandt, damit sie nicht mithören konnten. Sie legte auf und ging hinaus, ohne zu sagen, wohin sie wollte. Donna Peyont war erregt. Nicht in dem Sinne, dass sie nervös war, sondern sie war verärgert. Ihre Worte waren, damit ist jetzt Schluss, das hört jetzt sofort auf oder etwas in dieser Art. Und dann rannte sie raus. Fünf Stunden später, beim abendlichen Appell, fehlt Donna Peyont. Die Gefängnisleitung veranlasst sofort Notmaßnahmen. Alle Häftmenge werden in ihre Zellen gesperrt. Beamte durchkämmen das Gefängnis, gehen alle Blöcke ab, durchsuchen Büros und Freizeitbereiche. Von Donna Peyont fehlt jedoch jede Spur. Das ist ein Hochsicherheitsgefängnis. Man hat den Überblick, wer kommt und geht. Und es gab keinen Hinweis, dass sie die Anstalt verlassen hatte. Früh am nächsten Morgen erhält die Gefängnisleitung eine schreckliche Nachricht. In einer nahegelegenen Abfalldeponie, wohin jeden Tag der Gefängnismüll gebracht wird, haben Arbeiter die übel zugerichtete Leiche einer blonden Frau gefunden. Sie trägt die Uniform einer Gefängniswärterin und ist in einen Müllsack gewickelt. Am Tag nach dem Verschwinden von Donna Peyont wird ihre Familie ins Gefängnis Greenhaven gerufen. Wir wurden von ein paar Offiziellen empfangen und da wusste ich, dass etwas nicht stimmte. Also gingen wir da hinein und sie sagten uns, sie sei tot und sie hätten sie auf einer Müllkippe in der Nähe gefunden. Die Leiche auf der Mülldeponie wird eindeutig als die von Donna Peyont identifiziert. Sie ist die erste Strafvollzugsbeamtin überhaupt, die in den USA in Ausübung ihres Dienstes ums Leben kommt. Abdrücke an den Handgelenken und am Hals beweisen, dass sie gefesselt und erdrosselt wurde. Als Todesursache wird Strangulierung festgestellt und es gibt Anzeichen auf sexuellen Missbrauch. Mein Vater war völlig fassungslos. Er hat das nie überwunden. Die Leiche ist durch die Abfallpresse eines Müllfahrzeugs gegangen. Das bedeutet für die Ermittler, dass die Leiche im Gefängnis in eine Mülltonne gesteckt worden sein muss. Dort wurde sie von der zuständigen Abfallfirma in den Mülltransporter gekippt. Auf der Mülldeponie ist die Leiche dann noch von einem Bulldozer überfahren worden, der den Abfall einebnet. Jeder einzelne Knochen ihres Körpers war gebrochen. Sie war mit jeder Art von Schutt, Müll und Dreck bedeckt. Außerdem war es sehr, sehr nass. Und jedes Indiz, das es vielleicht einmal gegeben hatte, wurde zwangsläufig durch diese fremden Stoffe, die ihren Körper bedeckten, vernichtet. Wenn Donna Payons Leiche Greenhaven mit dem Gefängnismüll verlassen hat, dann muss der Mörder aus der Haftanstalt sein und mehr Zugang zu Einrichtungen haben als ein normaler Häftling. Aber wer im Gefängnis wollte ihren Tod? Wurde sie von irgendwelchen Häftlingen schikaniert? War sie eine strenge Aufseherin, die Gefangene hart anpackte? Gab es einen Grund, warum ein Häftling sie angreifen wollte? Außer Zugang zu bestimmten Einrichtungen benötigt der Täter auch einen ungestörten Ort, um diesen Mord zu begehen. Da Gefängnisaufseher genau diese Bewegungsfreiheit haben, geraten sie ins Zentrum der Ermittlungen. Nur drei Tage vor dem Mord sehen Zeugen einen männlichen Aufseher in heftigem Streit mit Donna Payons. Es kommt zu Handgreiflichkeiten. Als sie sich nach der hitzigen Auseinandersetzung von ihm abwarnte, soll er ihr auf Schulter und Rücken geschlagen haben. Er war sehr erregt. Schon bald stellt sich heraus, dass dieser Aufseher zu den vielen anderen in Greenhaven zählt, die etwas zu verbergen haben. Es gab Leute im Gefängnis, die ein Motiv hatten, Donna zu töten. Ich glaube, wegen all der illegalen Aktivitäten, die zur Zeit ihres Todes und schon lange vorher dort vor sich gingen, gab es nicht nur Leute, die ein Motiv hatten, sondern auch welche, die dazu imstande waren, ein solches Verbrechen zu begehen. Diese Machenschaften werden in einem Bericht aufgezeigt, der nur zwei Wochen vor dem Mord an Donna Payons veröffentlicht wurde. Die Aufseher im Gefängnis Greenhaven werden darin verdächtigt, mit den Gefangenen Geschäfte zu machen. Aufseher verkaufen Drogen und beschaffen den Insassen sogar Prostituierte. Ein Netz aus männlichem Klüngel kann dies über Jahre geheim halten, aber einige der neuen Aufseherinnen wie Donna Payons wollen sich daran nicht beteiligen. Und weil Donna schon früher einmal eine Anzeige wegen sexueller Belästigung gestellt hat, bekommt sie schnell den Ruf als Pätze. Sie war schon als Person abgestempelt, die melden würde, wenn etwas nicht stimmte oder wenn es illegale Machenschaften gäbe. Als jemand, der so weit wie möglich nach oben gehen würde, um es den Vorgesetzten zu sagen. Während der Autopsie von Donna Payons Leiche stellt der Rechtsmediziner fest, dass sie nicht nur sexuell misshandelt wurde, er findet auch Bisswunden. Eine halbmondförmige Wunde auf ihrer Brust ist besonders deutlich zu erkennen. Einige der Zahnabdrücke waren offensichtlich viel tiefer als andere. Und man konnte sehen, dass die Zähne, so wie ich das in Erinnerung habe, nicht gerade die besten waren. Sie waren, wie man sagt, nicht perfekt geformt. Die Bisswunde, die Abdrücke, die Erdrosselung und die sexuelle Misshandlung. All dies deutet darauf hin, dass dieser Täter bereits früher gemordet hat. Aber wer hat schon einmal solch einen Mord verübt? Und wer in Greenhaven ist so wütend auf Donna Payons, dass er ihren Tod will? Die Nachricht vom Mord an der Gefängniswärterin Donna Payons verbreitet sich schnell im ganzen Staat New York. Die Bissabdrücke auf ihrem Körper werden fotografiert und an den gerichtsmedizinischen Odontologen Dr. Lowell Levine geschickt. Als Dr. Levine den Abdruck näher untersucht, ist er sofort von zwei Dingen überzeugt. Erstens ist er sich sicher, dass es eine Bisswunde ist. Und zweitens weiß er, dass er genau diesen Zahnabdruck schon einmal gesehen hat. Ich sagte, das habe ich doch erst vor zwei, drei Tagen gesehen. In einer Vorlesung über einen Fall, der vier Jahre zuvor in Skeneckte, die in New York passiert war. Es war der Fall der 30-Jährigen Mary Lee Wilson, die mit einem Strang erdrosselt, sexuell missbraucht und gebissen wurde. Sofort stellt Dr. Levine sich die Frage, ob der Mörder von Mary Lee Wilson in dem Gefängnis sitzt, in dem Donna Payons gearbeitet hat. Ich dachte, Moment mal, Lemuel Smith muss dort in Haft sein und Zugang zu dieser Frau gehabt haben. Die Antwort lautet, ja. Der 39-Jährige Lemuel Smith befindet sich zu dem Zeitpunkt in Greenhaven. Er hat neben dem Mord an Mary Lee Wilson noch einen weiteren gestanden. Beide Opfer wurden auf dieselbe Art und Weise getötet. In beiden Fällen hat er seine persönliche Handschrift hinterlassen. Allerdings hat sich Lemuel Smith während der vier Jahre im Gefängnis zu einem Musterhäftling entwickelt. Er entdeckte die Religion für sich, wurde Messdiener und schließlich sogar Assistent des katholischen Priesters. Diese neue Stelle gibt Smith innerhalb der Haftanstalt enorme Bewegungsfreiheit. Freiheit, die die meisten Häftlinge nicht haben. Es ist völlig ausgeschlossen, dass ich sie getötet haben könnte. Die Frau wurde geschlagen, angeblich auch abartig misshandelt. Sehen Sie, auf diesem Gang ist unheimlich viel los. Dann wurde sie gefesselt, in Müllsäcke gesteckt und angeblich in einen Müllbehälter geworfen. Ich weiß, Sie haben noch nie versucht, eine Leiche hochzuheben. Die ist zweimal so schwer. Die ist total schwer. Das geht überhaupt nicht. Gefängnisbeamte finden jedoch Hinweise, dass Smith Kontakt mit Donna Payant hatte. Die beiden hatten sich angefreundet. Ja, sicher kannte ich Donna Payant. Sie arbeitete in meinem Blog. Das ist alles. Donna Payant hatte sich wegen einer Sache an Lemuel Smith gewandt. Ich glaube, es war ein Schmuckkästchen, das sie sich fertigen lassen wollte. Lemuel Smith machte während seiner Haft gelegentlich Holzschnitzereien. In Lemuel Smith Haftakten stoßen die Ermittler auf einen Bericht von Dr. Zvi Kloppert, einem Psychiater, der vier Jahre zuvor ein Gutachten über Smith erstellt hat. Nach unserem Gespräch sagte er zu mir, hören Sie, eine Sache müssen Sie für mich tun. Sorgen Sie dafür, dass ich nie wieder rauskomme, weil ich es wieder tun werde, weil ich nicht damit aufhören kann. Ich habe nie gestanden. Ich habe eine Aussage gemacht, als ich unter Drogen gesetzt war. Und die war angeblich für den Psychiater. Dr. Klopperts Diagnose lautet, paranoide Schizophrenie und eine Borderline-Persönlichkeit. Und er warnt die zuständigen Beamten, dass Smith ohne psychiatrische Behandlung mit Sicherheit wieder töten wird. Diese Warnung wird ignoriert, als Smith wegen seiner kirchlichen Pflichten noch zusätzliche Freiheiten eingeräumt werden. Also er hatte das Ganze, er hatte mehrere Büros für sich mit Telefonanschlüssen und er war die einzige Person, die das Büro wirklich nutzen konnte. Als die Ermittler das Büro des Geistlichen durchsuchen, scheint es in bester Ordnung zu sein. Eine nähere Untersuchung ergibt außerdem, dass es gerade erst gereinigt worden ist. Der Boden war nicht mit sauberem Wasser gereinigt worden, aber es war offensichtlich, dass geputzt worden war. Und zwar erst vor kurzem. In einem Büroschrank finden die Ermittler mehrere blonde Haare. Bei der mikroskopischen Analyse wird festgestellt, dass sie mit Donna Payons Haar identisch sind. Das einzige andere Indiz ist der Bissabdruck, der bei der Autopsie auf Donners Brust gefunden wurde. Einige Personen bezweifeln allerdings, dass es sich um eine Bisswunde handelt. Und wegen der Verstümmelung der Leiche ist sie als Beweis ohnehin nicht zu gebrauchen. Doch wer ist der Mörder, der sich innerhalb der Mauern des Staatsgefängnisses versteckt? Einige Gefangene behaupten, der männliche Aufseher, der drei Tage vor Donners Tod mit ihr im Streit beobachtet wurde, sei für die Tat verantwortlich. Als der Wärter im Zusammenhang mit dem Mord an Donna verhört wird, gibt er zu, an Häftlinge Kokain verkauft zu haben. Er bestreitet aber, in den Mord verwickelt zu sein. Der andere Verdächtige ist weiterhin Lemuel Smith, der bereits zwei Morde begangen hat, die dem an Donna Payons stark ähneln. Wer auch immer Donna getötet hat, er hinterließ einen charakteristischen Gebissabdruck auf ihrer Brust. Die Bisswunde stammt vom Unterkiefer eines Gebisses, in dem einer der vier unteren Schneidezähne fehlt. Lemuel Smith fehlt ein unterer Schneidezahn. Der Abstand zwischen den Zähnen kann gemessen werden. Das Bild oben links ist ein Bissabdruck, der auf der Leiche von Mary Lee Wilson gefunden wurde. Der Frau, deren Mord Smith gestanden hat. In der Mitte sieht man den Wachsabdruck von Lemuel Smiths Gebiss. Und unten haben wir die Bisswunde, die auf Donna Payons Leiche gefunden wurde. Im Vergleich ist die Lücke zwischen den unteren rechten Schneidezähnen deutlich sichtbar. In allen drei Fällen sind die Abmessungen und Winkel der Zähne genau gleich. Aber wenn Lemuel Smiths Donna Payons getötet hat, bleiben die Fragen, wie und warum. Die Tat folgte genau demselben Muster wie die vorangegangenen Morde. Er hatte zu ihr eine Beziehung aufgebaut. Er glaubte offenbar, dass sie sich für ihn interessierte. Er sah sie als enge Freundin oder als jemand, der ihn wirklich gern mochte. Er machte ihr ein Geschenk. Es war genauso wie bei den Morden zuvor. Der Schlüssel, sagen die Psychiater, ist das Schmuckkästchen, das Lemuel Smith als Geschenk für Donna Payons angefertigt hat. Die Polizei glaubt, dass der Anruf, den sie kurz vor ihrem Tod erhielt, von Lemuel Smith kam, der ungestört aus dem Büro des Gefängnisgeistlichen anrief. Ein persönlicher Anruf von einem Häftling wäre für eine neue Beamtin wie Donna Payons peinlich gewesen. Andere Aufseher sagen aus, Donna habe nach dem Anruf aufgebracht gewirkt und den Raum plötzlich verlassen. Im Büro des Priesters kommt es zwischen den beiden möglicherweise zum Streit. Donna weist Lemuel oder das Geschenk zurück. Das löst die mörderische Wut aus, der schon die beiden anderen Frauen zum Opfer gefallen sind. Er misshandelt sein Opfer sexuell, erwürgt und beißt es. Der Gefängnis Geistliche ist an jenem Tag unterwegs. Smith ist ungestört, wickelt die Leiche in Müllsäcke ein und säubert anschließend den Raum. Die Reinigung ist gründlich, bis auf ein paar Haare, die versehentlich an den Schrank gelangen. Smith hat auch genug Bewegungsspielraum im Gefängnis, um die Leiche unbemerkt zum Müll zu schaffen. Im Januar 1983 wird Lemuel Smith wegen Mordes an Donna Payons verurteilt und verbringt jetzt 23 Stunden pro Tag in Einzelhaft. Er bestreitet weiterhin jede Beteiligung am Mord und behauptet, er sei von Gefängnisaufsehern hereingelegt worden. Ich bin politisch nicht korrekt. Ich bin ein Krimineller. Okay, ich habe ein langes Strafregister. Niemand will etwas Gutes über mich sagen, weil das meiner Ansicht nach gegen das System ginge, gegen Lowell Levine und diese Experten. Deine Wahrheit beruht auf deiner Integrität als Person und ist nur so ehrlich wie die Beweismittel, die du benutzt, um zu dieser Meinung zu gelangen. Das hier war ein unehrlicher Fall. Ich würde ihn am liebsten ins Gesicht spucken. Smith behauptet, die Bisswunde sei eine Verletzung, die durch die Müllpresse und den Bulldozer verursacht wurde. Und diejenigen, die in die angebliche Vertuschungsaktion verwickelt seien, hätten es so hingetrickst, dass es wie ein Gebissabdruck aussieht. Sie sehen die Übereinstimmung und behaupten, dennoch sie sei gefälscht? Ich kann es sehen. Jeder kann es sehen. Aber es ist keine Bisswunde. Hier ist der Körper, der durch eine Müllpresse gedrückt wurde. Alles ist zerquetscht. Nur die einzige Sache, die klar und deutlich zu sehen ist, ist der Gebissabdruck. Ich bitte Sie, der müsste auch entstellt sein, oder er kam später dazu. Diese Theorie wird von Donners Schwester unterstützt. Auch sie ist überzeugt, dass Gefängnisaufseher ihre Schwester ermordet und dann alles vertuscht haben. Ich glaube einfach nicht, dass ein Häftling in einem Hochsicherheitsgefängnis sich einen Aufseher herauspicken und dann töten würde, mitten im Gefängnis, am helllichten Tag. Ich glaube das einfach nicht. Es ist nicht möglich. So etwas ist noch nie vorgekommen. Und es ist seither auch nie wieder passiert. Ich war es nicht. Ich hoffe, sie findet ihren Seelenfrieden. Ich hoffe, sie bekommt Gerechtigkeit für ihre Schwester. Das hoffe ich wirklich. Für die Ermittler gibt es jedoch keinen Zweifel. Lemuel Smith hatte die Mittel und die Gelegenheit, Donner Payon zu töten. Eine Tatsache, die durch die Bisswunde auf ihrem Körper untermauert wird. Er beging das gleiche Verbrechen dreimal an drei verschiedenen Frauen. Und sein Verstand sagte ihm, ich hab's wieder getan. Das hat ihn überführt. Vor dem Gefängnis Greenhaven steht jetzt ein Gedenkstein. Eine Erinnerung an Donner Payon und einen Mord, der hätte verhindert werden können. Eine Überwachungskamera nimmt Bilder eines 19-jährigen Mädchens auf, das gerade aus einem Supermarkt entführt wird. Forensische Wissenschaftler müssen einen Weg finden, die Aufnahmen so zu verbessern, dass sie als Hinweis dienen können. Ein Raster-Elektronen-Mikroskop findet schließlich die Spur des vermissten Mädchens. Moose Lake. Einer der vielen Gründe, warum Minnesota als das Land der 10.000 Seen bekannt ist. Aus dieser Kleinstadt, in der Nähe von Duluth, stammt die 19-jährige Katie Poyer. Sie war liebhaft. Sie sprang immer herum und war stets voller Leben und in allem sehr aktiv. Katies Leben dreht sich um drei Dinge. Ihre Familie, Sport und ihre Hunde. Sie wollte Polizistin oder Wildhüterin werden. Sie hat sich immer sehr für Tiere interessiert. Nach ihrem Highschool-Abschluss im Jahr 1998 belegt Katie an einem nahegelegenen College einen Kurs über Strafrecht. Außerdem verlobt sie sich mit ihrem Freund Mark. In dieser Tankstelle in Moose Lake bekommt Katie einen Job, der ihrer Mutter aber Sorgen bereitet. Ich habe sie wiederholt gefragt, mit welcher Art von Abschaum hast du es dort zu tun? Und sie sagte immer, ach Mama, du musst dir keine Sorgen machen. Und wissen Sie, so war sie einfach. Sie fasste sehr leicht Vertrauen. Eines Nachts, Katie ist allein auf Nachtschicht, ruft ein Kunde gegen Mitternacht bei der Polizei an und meldet, Das Geschäft sei zwar geöffnet, von den Angestellten fehle aber jede Spur. Die Polizei macht sich auf den Weg, um nach dem Rechten zu sehen. Doch es gibt keine Anzeichen von Gewalt. Weder in der Kasse noch im Safe fehlen Geld und auch Katies Autoschlüssel sind noch da. Auf der Ladentheke liegen ein paar Geldscheine von Kunden, die etwas eingekauft haben, nachdem Katie das Geschäft verlassen hat. Doch warum und mit wem hat Katie die Tankstelle verlassen? Gab es jemanden in ihrer Familie, der sie vielleicht abgeholt hat? Als Streich oder mit einer anderen Absicht? Ich habe nie geglaubt, dass sie einfach so weggegangen ist. Ihr Auto war noch dort. Sie wäre niemals einfach so gegangen, ohne ihren Vorgesetzten anzurufen und wenigstens das Geschäft abzuschließen. Die Tankstelle hat vier Überwachungskameras, die auf verschiedene Bereiche gerichtet sind. Um 11.38 Uhr abends zeigen die Kameras einen Mann weißer Hautfarbe, der Katie gewaltsam durch die Eingangstür auf den Parkplatz zerrt. Man kann seine Hände an ihrem Hals sehen und deutlich erkennen, wie sie mit den Armen versucht, zum Hals zu gelangen, während er sie von hinten festhält. Die Bilder sind sehr grobkörnig und geben keine genauen Hinweise auf den Entführer. Außerhalb der Tankstelle sind keine Kameras installiert, die das Fluchtauto hätten aufnehmen können. Solche Dinge passieren im Fernsehen. Sie passieren doch nicht in der Realität. Es war einfach so schwer zu glauben. Die Tankstelle liegt an einer vielbefahrenen Schnellstraße. Das bedeutet, der Entführer konnte die Gegend schnell wieder verlassen. Eine Suchaktion in den Straßen und Parks der näheren Umgebung bleibt ergebnislos. Eine Menge Leute hier im Bezirk beteiligten sich an der Suche. Es gab Hunderte oder Tausende, die mitmachten. Viele hatten es sich richtig zu Herzen genommen und waren bei der Suche mit großem Engagement dabei. Nachbarn der Tankstelle berichten der Polizei, sie hätten vor Katies Entführung einen schwarzen Pick-up gesehen, der in der Gegend herumgefahren sei. Und eine Angestellte vom Sandwich-Laden nebenan sagt aus, sie habe denselben schwarzen Pick-up drei Stunden vor Katies Verschwinden auf dem Parkplatz gesehen. Der Fahrer habe weibliche Kunden angegafft, die das Geschäft verlassen haben. Wie durch eine plötzliche Eingebung schreibt sie auf, was sie vom Nummernschild in Erinnerung behalten hat. Es ist ein Autokennzeichen aus Minnesota und die ersten drei Ziffern sind 5, 5, 7. Sie erinnert sich auch daran, dass der letzte Buchstabe auf dem Nummernschild ein Y war. Die Polizei hofft, über den schwarzen Pick-up auch Katie Poirier zu finden. Mit Hubschraubern der Minnesota National Guard wird die Gegend nach der 19-jährigen Vermissten abgesucht. Am Boden beteiligen sich Dutzende von Freiwilligen an der Suche. Doch mit jedem Tag, der ohne ein Lebenszeichen von Katie vergeht, wird die Hoffnung geringer, sie lebend zu finden. Ich wollte nicht daran denken. Meine Tochter sollte nicht Teil jener Statistik sein. Die Polizei durchsucht ihre Datenbank nach einem schwarzen Pick-up, der in Minnesota gemeldet ist und dessen Nummernschild mit den Ziffern 5, 5, 7 beginnt und mit dem Buchstaben Y endet. Überraschenderweise gibt es Hunderte von Fahrzeugen, die dieser Beschreibung entsprechen. Wir vermuteten es, mit einem erfahrenen Sexualstraftäter zu tun zu haben. Diese Person kam rein, schnappte sich Katie und hatte keine Angst vor der Überwachungskamera. Die Überwachungskameras filmen den Mann, als er Katie aus dem Geschäft entführt. Doch die Qualität der Aufnahmen ist dürftig und die Bilder sind zu verzerrt, um den Kidnapper klar identifizieren zu können. Um die Bilder zu verbessern, schickt die Polizei die Bänder an die NASA. Deren langjährige Erfahrung mit der Verbesserung schlechter Bilder aus dem Weltraum soll helfen. Der Solarphysiker Dr. David Hathaway hat eine Methode zur Aufbereitung von Videobildern entwickelt, die VISA genannt wird. Es stabilisiert das Video, sodass man Bilder übereinanderlegen kann. Damit kann man eine Menge der Störfaktoren herauskriegen, die man hat, wenn man ein bewegtes Bild betrachtet. Ein Videobild besteht eigentlich aus zwei verschiedenen Feldern, die dann ein Bild ergeben. Diese beiden Felder verändern sich so schnell, dass es das menschliche Auge nicht wahrnehmen kann. Dr. Hathaway kombiniert die geraden und die ungeraden Bilder. Dabei werden beide gleichzeitig sichtbar und zusätzlich eine doppelt so hohe Bildauflösung erzeugt. Es gibt eine Reihe von einzelnen Bildern und Bildpaaren, die wir noch hinzufügen können. In einem dieser eingefrorenen Bilder kann Dr. Hathaway den Entführer isolieren. Als er etwas von der Grobkörnigkeit im Bild beseitigt, sieht er, dass der Mann kurzes, blondes oder graues Haar hat, knapp 1,80 Meter groß ist und eine durchschnittliche Figur hat. Und er trägt ein dunkles Baseballtrikot der New York Yankees mit der Nummer 23 auf dem Rücken. Leider kann auch diese Methode kein klares Bild vom Gesicht des Entführers liefern. Aber aufgrund der vorliegenden Informationen fertigt ein Polizeizeichner ein grobes Bild an, das mit einer Beschreibung der Körpermerkmale und der Kleidung an die Medien weitergeleitet wird. Hunderte von Hinweisen gehen bei der Polizei ein. Wir hatten so etwas wie den Verdächtigen des Tages. Jeden Tag tauchte ein neuer auf und sie sahen durchaus vielversprechend aus. Einer der Hinweise führt zu Donald Dean Christensen, der schon einmal wegen eines Sexualdelikts verurteilt worden ist. Zur Zeit von Catys Entführung befindet Christensen sich auf freiem Fuß. Es gab keinen Zweifel. Mr. Christensen sah dem Videobild sehr ähnlich, aber die Aufnahme war so schlecht, dass dutzende Leute infrage kamen. Die hätten auch wie das Bild ausgesehen, wenn wir die Gelegenheit gehabt hätten, sie uns näher anzuschauen. Donald Dean Christensen hat mehrere Tätowierungen, darunter eine große auf seinem linken Unterarm. Wie die Überwachungskamera zeigt, besitzt der Kidnapper jedoch auf seinem Unterarm keine Tätowierung. Der Verdacht gegen Christensen wird fallen gelassen. Drei Wochen nach Catys Entführung nimmt Schichtleiterin Paula Francisco den Anruf eines Bürgers mit einem Hinweis entgegen. Es ist die 1960. Spur. Das war das erste Mal, dass ich das Gefühl hatte, wir haben hier eine richtige Spur. Der Anrufer arbeitet im staatlichen Heim für Kriegsveteranen in Minneapolis und verdächtigt den Hausmeister, der dort gerade gekündigt hat. Dessen Name ist Donald Albin Blom. Der Anrufer ist misstrauisch geworden, weil Blom sein Aussehen um die Zeit von Catys Verschwinden verändert hat. Neuer Haarschnitt, glatte Rasur, wo vorher ein Bart war. Der Anrufer deutete auch an, er habe bei mehreren Gelegenheiten das Baseballtrikot gesehen und jeder wisse, dass er das oft trug. Und ich konnte förmlich spüren, wie mir Schauer die Arme hoch und runter liefen. Und ich dachte, das ist es. Blom ist 50 Jahre alt, verheiratet und hat vier Kinder. Die Untersuchung seiner Vorgeschichte ergibt, dass sein Vorstrafenregister wegen tätlicher Angriffe, Vergewaltigung und Entführung bis in die 70er Jahre zurückreicht. Zum letzten Mal wurde er 1983 verurteilt. Er hatte zwei junge Frauen mit einem Messer bedroht, in den Wald gezwungen und sie dort an einen Baum gefesselt. Zum Glück konnten die Mädchen fliehen, bevor er ihnen etwas antun konnte. Diese Sache bereitete mir Gänsehaut. Die nähere Untersuchung ergibt allerdings, dass Blom keinen schwarzen Pick-up besitzt. Somit ist die letzte Hoffnung der Polizei die Durchsuchung von Bloms Haus. Ist dort ein Hinweis auf Katie Poyer zu finden? Bei der Durchsuchung von Donald Elbin Bloms Haus findet sich keine Spur von Katie Poyer. Blom sagt aus, er sei unschuldig und habe für die Nacht von Katies Verschwinden ein Alibi. Als die Ermittler erfahren, dass Blom in der Nähe von Moose Lake ein Ferienhäuschen besitzt, wird es durchsucht. Ich dachte mir, okay, sie haben diesen Kerl und der sagt ihnen, wo sie ist und wir holen sie einfach dort ab. Und die Behörden, die Polizei, die tun, was sie tun müssen. Ich jedenfalls habe mein kleines Mädchen wieder zu Hause. Doch erneut gibt es keine Spur von Katie. Aber die Ermittler bemerken, neben einem Trailer auf dem Gelände, eine große Feuerstelle. Experten durchsuchen die Feuerstelle nach Hinweisen und finden einige kleine Teilchen, die wie Knochen aussehen. Ich hatte nicht vor, den Poyers zu erzählen, dass ich vermutete, ihre Tochter sei tot. Diese Hoffnung wollte ich ihnen nicht nehmen, bevor ich einen Beweis hatte. Und noch ist nicht klar, ob es sich bei den verbrannten Knochen um menschliche Überreste handelt. Dr. Kerstin Kreutz ist forensische Anthropologin und kennt die Unterschiede. Bei Leichenbrand ist die Unterscheidung zwischen Mensch und Tierknochen natürlich etwas problematischer, wenn Kleinstfragmente vorliegen. Aber dafür gibt es die Möglichkeit der histologischen Untersuchung. Die innere Struktur des Knochens unterscheidet sich vom Menschen zum Tierknochen. Die Polizei beauftragt die Anthropologin Dr. Susan Thurston Meister mit der Untersuchung. Den Unterschied zwischen menschlichen und tierischen Knochen machen folgende Bilder deutlich. Der Querschnitt eines menschlichen Knochens hat ein kreisförmiges Muster, der Querschnitt eines Tierknochens ein lineares. Also begann ich Knochen zu sortieren. Einen Haufen für Tierknochen, einen für menschliche und einen für Knochen, die so klein waren, dass sie nicht bestimmt werden konnten. Dann untersucht Dr. Meister die menschlichen Knochenteilchen, um Alter und Geschlecht der Person zu bestimmen. Dieser Teil des Beckens, die Schamfuge, ist entscheidend. Der Knochen bildet einen stumpfen Winkel mit mehr als 90 Grad. Das deutet auf eine weibliche Person hin. Und die ovale Oberfläche ist stark zerfurcht, ein Kennzeichen für eine junge Erwachsene. Bei diesen beiden Becken, wie wir sie hier vorliegen haben, ist ganz deutlich im vorderen Anteil, und zwar hier im Bereich des Schambeins, in diesem Winkel einen Unterschied zu erkennen. Wenn ich die beiden nur mal kurz anzeige, sind diese beiden, und zwar wie sie zueinander stehen. Hier haben wir beim Mann einen kleinen, eher spitzen Winkel, der fast v-förmig ist. Und bei der Frau, da komme ich mit den beiden Fingern gar nicht hin, da muss ich schon den Daumen und den Zeigefinger nehmen, da muss ich einen großen Winkel, der weit über 90 Grad geöffnet ist, andeuten. Damit ist hier auf der rechten Seite ganz eindeutig ein männliches Individuum im Gesamtaspekt zu erkennen und hier auf der linken Seite ein weibliches Individuum. Schädelteile dienen der Altersbestimmung. Ich habe am Sch-